Na gut, ich glaube, wir gehen einfach mal direkt rein, bevor ich da jetzt irgendwie rumgucke. So, was haben wir denn hier? Ein Stab, okay. Ein paar Kerzen? Der Wächter wohnt zwischen den Reichen und verhindert, dass unerwünschte Wesen durch den Spiegel reisen. Er darf die Geschehnisse in beiden Reichen nicht beeinflussen. Und doch ist er unglaublich mächtig. Hier fehlt eine Seite, zumindest ein Teil der Seite. Ein Sarg mit ganz vielen Fragezeichen, okay. Na gut, was haben wir da oben? Ein Zettelchen. Seit kurzem nehme ich drei Schlaftabletten am Abend. Genug, um einen Löwen einschlafen zu lassen. Na, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Da haben wir schon mal einen. Eine von drei. Okay. Und hier oben irgendwas? Da haben wir die Tür. Ah, dafür brauchen wir diese Masken. Boah. Ja, super. Okay. Dann basteln wir uns hier mal was zusammen. Eine Fernbedienung. Einen Golfschläger. Da haben wir ihn. Rasierpinsel. Einen Pinsel. Das ist doch so ein kleiner Stock mit so ganz vielen kleinen weißen Pinsel-Armen, oder? Ja, da muss eigentlich da noch ein Rasierer. Aber ich glaube nicht, dass das der ist. Was haben wir denn noch? Boxer-Shorts. Ein Deodorant. Es steht sogar Deo drauf. Wow. Ein Bowling. Wo ist denn unser kleiner Bowling? Okay, da haben wir schon mal Bandagen. Einen Trichter. Einen Schirm. Haben wir den Schirm schon? Ähm. Ich glaube bis jetzt nicht. Ein Spiegel. Ah, da ist der Schirm. Eine Pistole. Ah, da haben wir die Bowlings. Ein Teller. Die Pistole fehlt jetzt noch. Und der Rasierpinsel. Das ist jetzt schon. Das ist nicht das, was ich so fand. Ah, das war aber mehr ein Gewehr wie eine Kanne oder wie eine Pistole. Okay, das war klar, dass das nicht der Rasierpinsel ist. Wo zum Heck ist der Pinsel? Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist es nicht. Tabletten. Keine Ahnung, was das ist. Ah, da. Okay. Wir bekommen den Trichter. Hm. Können wir den hier irgendwie benutzen? Nee. Okay, gut, dann sind wir sehr wahrscheinlich erst mal hier fertig. Mensch, da. Sie sehen alt und völlig nutzlos aus. Okay. Oh, da hat noch was geblinkt. Oh, da hat noch was geblinkt. Der Kofferraum ist verschlossen. Natürlich, was denn auch sonst? Können wir hier irgendwas machen? Können wir das noch irgendwie weiter öffnen? Nee, das nutzt uns sonst. Diese Zettel, dann haben wir hier auch nichts mehr. Aber warte mal. Nee, da ging's nicht. Vielleicht können wir jetzt das Licht ausmachen. Können wir nicht. Vielleicht schade. Okay, dann einmal zurück. Vielleicht den Luftballon. Was können wir denn noch machen? Okay, beim Strand scheint irgendwas zu sein. Dann kriegen wir jetzt hier den Hebel. Mal überlegen. Ist das jetzt für den Briefkasten? Tatsächlich. Was haben wir hier? Einen Steinschulter. Hä? Eine Hand im Briefkasten. Das ist ja mal unglaublich. So. Mal gucken, was wir da jetzt bekommen. Einen Schlüssel. Vielleicht für den Kofferraum. Okay, sehr schön. Und dort haben wir Benzin. Na Gott sei Dank. Mehr können wir da nicht rausholen. So. Dann kippen wir das mal da rein. Ich würde sagen, wir wecken die Susan. Können wir das Fleisch eigentlich nehmen? Das Fleisch braucht noch einen Zusatz, wenn ich den Löwen... Aha. Okay, das Fleisch brauchen wir auf jeden Fall für den Löwen. Und dann brauchen wir erstmal noch zwei Tabletten. Die stopfen wir wahrscheinlich da rein. Und werden so den Löwen zum Einschlafen zwingen. So. So. Und dann haben wir hier erstmal nichts. Riechsalz. So. Oh, thank heavens you're here. You're my only hope to get back to my little girl. Oh, are they... They're still here. And now there's a lion guarding the cage. Great. Listen, Jim's had me locked up in the house of fears. He was busy preparing the rooms there and was acting very secretive about them. I managed to steal the key from him, hoping I could slow things down. Find out what he's up to. I'm sure the answer is in the house of fears. Gute Arbeit suchen. Das werde ich sofort mal machen. So. Wie kamen wir denn nochmal dahin? Ich glaube die ganze Zeit zurück. Noch eine zurück. Raus der Ex. Oh. Oh, der Spiegel ist weg. Verdammt. Und jetzt kommen wir nicht mehr zurück. BTF. Oh Gott. Mädel. Komm mal jetzt. Haust direkt da rein. Bitte. Sehr schön. Auf dich ist Verlass. Der Affe erinnert mich übrigens ein bisschen an Jake. Aus, ähm... Flucht der Karibik. Der kleine Affe. Oh, schau mal eine an. Sehr gemütlich hier. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, das können wir... Was ist das denn? Eine Klaviertaste. Ah, okay. Im Kissen ist was versteckt, aber wir haben nichts zum Aufschlitzen. Das ist ja sehr schön. Hier kommt wohl irgendeine Art Schlüssel. Oh ne, das Bild. Oh Gott. Oh Gott. Tauschen die Kacheln, um das Bild wieder herzustellen. Ah, okay. So müssen wir das machen. Ah, wo ist denn ihr Kopf? Oh Gott. Oh, Ira erschreckt mich nicht immer so. Mann. Mein Gott. Sorry, Leute. So, ähm... Gut, das haben wir soweit erstmal. Oh, mitten bei der Aufnahme. Ah ja, Katzen sind schon was, Taunus, oder nicht? So. Sehr schön. Okay, dann kann man das auch schon. Ich gehe aber noch nicht rein. Ich habe hier noch ein bisschen was zu untersuchen. So. Kassettenschlüssel ist leer. Und da können wir anscheinend was zusammensuchen. Okay. Ein Reptilienkopf. Nur da. Eine Chainbox. Telefonhörer. Okay. Ein Musikblatt. Eine Schlange. Stickerei. Wo haben wir denn hier eine schöne Stickerei? Ne, das sind sie nicht. Das sind Spinnenweben. Okay. Parfüm. Eine Krabbe. Farben. Okay, falsche Farben. War auch nicht schlecht. Ein paar Karten. Eine Schere. Eine Kerze. Äh... Da, okay. Jetzt fehlt noch die Stickerei. Tja, sind damit jetzt die... Ähm... Das Zubehör gemeint, oder... Aha, das war die Stickerei. Gut zu wissen. Wir haben die Schere. Da können wir mal eben die Couch aufschneiden. Was bekommen wir da? Eine Maske. Das ist natürlich sehr schön. Dann... Das ist schon unsere zweite. So, sonst haben wir hier erstmal nichts. So wie es auf... Oh, doch auf dem Tisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlen wirst, wenn du aufwachst, aber ich habe dir etwas zu essen gemacht, falls du hungrig sein solltest, mein Schatz. Bitte ruhe dich etwas aus und sieh dir das Video an, das ich für dich gemacht habe. Dann geh durch den Spiegel und erfreue dich an dem Leben, das dir geraubt wurde. Ja, er ist zwar sehr zuvorkommend, aber wenn man tot ist, sollte man nicht eingreifen, würde ich sagen. Also, das sieht nie gut aus. Stockfinster. Oh, ich sehe schon da was. Da liegt doch irgendwas im Bett. Wir haben keine... Okay... Wir haben keine Möglichkeit, da die Kerze anzumachen. Da fehlt uns noch so einiges. Ähm... Und dann gehen wir mal in die Küche. Können wir hier irgendwas machen? Das hatten wir schon gemacht. Hm. Ich glaube, hier können wir soweit erstmal nichts machen. Gut. Gehen wir noch einen zurück. Vielleicht hier. Nee, scheint auch nicht der Fall zu sein. Was sagt denn die Karte? Zuschauerraum. Okay. Na, die dürften ja schon wieder abgehauen sein. Ah, hier können wir was basteln. Okay. Ein Clown-Aufkleber. Oh Gott, ist ja gruselig, ey. Ein Zigaretten-Eto-Ey. Teufelshörner. Wasabi-Chips. Ach, lecker. Okay, das sind Peanuts. Erdnüsse. Einstecktüte. Wo sind denn die Wasabi-Chips? Die Wasabi-Chips. Die Wasabi-Chips. Ich benötige dafür ein Werkzeug. Okay, wahrscheinlich wollte sie den Zahn haben. Ja, aber die sehen doch so grün aus. Sind das nicht die Wasabi-Chips? Ach so, ja, jetzt geht's, ne. Ist klar. Streichhölzer. Die haben wir da oben. Seifenblasen. Das waren Lufthupe. Ähm. Eine Postkarte. Einen Dollar. Jetzt fehlt nur noch die Seifenblase. Ach, ey, ach, ey. Und die können wir auch nicht erzeugen. Die muss hier schon irgendwo sein. Bist du das? Nee. Toll. Das geht irgendwie nicht auf. Na, super. Na, immerhin haben wir schon mal die Streichhölzer. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in das Haus der Ängste. Und ich hab schon so ne Befürchtung, dass wir auf dem Bett etwas finden werden. Ich bin schon mal darauf eingestellt. Oh, doch nicht. Oh, das sieht aber trotzdem so aus, als würde da was liegen. Da liegt sie tatsächlich. Hübsch zugerichtet. Hm. Ich kann es nicht glauben. Will Jim sie tatsächlich wieder zum Leben erwecken? Ich gehe sehr stark davon aus, ja. Das hat er auf jeden Fall vor. Es tut mir leid, dass ich nicht hier sein werde, wenn du aufwachst. Ich wünschte, es wäre möglich. Jim. Ich hoffe nicht, dass er sich selbst opfern muss. Wow. Jim hat sich wirklich alle Mühe gegeben, es wie ein Zuhause aussehen zu lassen. Ja, es sieht sehr, sehr normal aus, muss ich sagen, in diesem Zimmer. Statt draußen. Da sieht alles so tot aus und, ja, so unterwelt-like. So, wir haben hier einen Plattenspieler. Du liebst dieses Lied. Möge es dein Erwachen begleiten, meine schlafende Schönheit. Dein Jim. Jim muss das für alles hergerichtet haben. Kann man es laufen lassen? Ah, ich höre noch nichts. Okay, wir lassen das mal laufen. Gut, wir haben die Videokassette. Ich würde sagen, die schauen wir uns mal an. Die Schieber? Äh. Ach, du meine Güte. Okay, der muss da oben sein. Okay. Ja, aber wo muss der hin? Oh, der muss da oben hin. Na toll, das ist wieder so eine Scheiße, die ich nicht leiden kann. Okay, wir schauen. Alice, my love. You must feel very lost and confused right now. Diese Sache, die dir jetzt passiert, ist nur eine Phase. Es geht nicht. Was ist wichtig, ist, dass du hier und gut bist. Bereit für den Rest von deinem Leben. Also, was ich wünsche dir ist, ist die beste Leben, die du kannst. Full von Liebe, Freude und Lachen. Ich bin sorry, dass ich da nicht mit dir sein kann. Ich wünsche, dass ich es so können. Lass dieses Ort, gleich nachdem du das Tape hast, meine Lieblinge. Und lebe das Leben, das du so viel verdienst. Ich liebe dich. Ich... Ich dachte, Jim war planen, Alice nach der Resurrecke zu sein. Warum sagt er good bye? Tja, wenn man ein Leben aus dem Reich der Toten wieder zurück holt, braucht man da quasi einen Ersatz für, denke ich mal. Und ich denke, er will sein Leben geben, damit sie wieder zurück in das Reich der Lebenden kommen kann. Wenn dir einer dieser furchtbaren Pflanzen den Weg versperrt, verwende das hier. Es funktioniert wie ein Zauberspruch. Ah, das ist sehr schön. Wirklich sehr schön. Da können wir wieder was zusammenbasteln.